Für das Team aus Kanada, ich habe gerade mal kurz den kanadischen Trainer gefragt, es muss wohl in den 70er Jahren gewesen sein, dass eine Kanaderin einen Slalom-Weltcup gewonnen hat, meine Damen und Herren, umso mehr auch für das ganze kanadische Team nochmal einen riesen Applaus! Gerst! 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 So viel sind wir hier noch verspannend, und so wie sich Vicky die letzten beiden Tage gefolgt hat, so würde ich mich auch ehrenvollen. Ich glaube, ihr habt...